Musik Herzlich Willkommen zu den Buchgesprächen. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Diesen Missionsauftrag gab Jesus nach seiner Auferstehung den Aposteln. Von Anfang an ist also die Weitergabe des Glaubens ein wesentlicher Bestandteil des Christentums. Ein Mann, der seit mehr als 20 Jahren die Mission zum Beruf gemacht hat, ist Otto Neubauer. Er leitet die Akademie für Dialog und Evangelisation der katholischen Gemeinschaft Emanuel in Wien. Über sein Buch Mission Possible, das Handbuch für die neue Evangelisation, möchte ich nun mich mit ihm unterhalten. Herzlich Willkommen, Herr Neubauer. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Seit mehr als 20 Jahren beschäftigen Sie sich mit Evangelisation und Mission. Es ist Ihr Thema. Was fasziniert Sie so daran? Ich glaube, das ist eigentlich schon eine Kindheitsfaszination gewesen. Irgendwie diese Sehnsucht. Wir haben damals Freunde gehabt, Nachbarsfreunde, die nicht in die Kirche gegangen sind. Und ich kann es mir heute auch nicht ganz noch erklären, was das war. Irgendwie hat mich das irgendwie bewegt. Wie kann ich das meinen Freunden irgendwie teilhaben lassen? Wie geht das? Und ich glaube, irgendwie hat sich das dann weitergetragen mit 14, 15, mit 16, 17, als ich dann mit den Jugendlichen in der Diskothek war und habe mir gedacht, wo ist hier Gott? Und irgendwie hat man das nicht in Ruhe gelassen. Ich habe mir gedacht, der muss doch auch für die da sein. Also immer, es war eigentlich so die Faszination, ein gewisses Brennen, auch ein gewisses Verspüren von Not. Was ist mit denen, mit den anderen? Sie sagen ja, das Evangelium, das Wort Gottes, die gute Nachricht, die Frohbotschaft ist notwendend und lebensrettend. Das sind ja ganz schön große Ausdrücke. Inwiefern kann das Evangelium, die Frohe Botschaft, ein Leben retten? Ich glaube, dass die Sehnsucht letztlich ganz tief, auch wenn es nicht immer so bewusst ist nach Gott, was uns etwas ist, was uns ganz tief prägt. Und welcher Mensch möchte nicht ganz tief angenommen und geliebt sein? Das ist die Grundfrage des Menschen, die ihn wirklich umtreibt. Und wir spüren alle, gerade wenn wir jemanden gut kennen, merken wir irgendwie, wie bedürftig wir sind, wie existenziell bedürftig wir eigentlich nach Liebe sind. Und das ist es eigentlich, dass wir gerettet werden müssen, um ganz geliebt zu werden, ganz angenommen zu werden. Mutter Teresa hat einmal gesagt, gerade in Europa merkt man eine der tiefsten Nöte des Menschen, not to be accepted. Nicht angenommen zu sein. Und ich glaube, Christus ist ja das Ja zum Menschen. Also Gott, der Vater, der den Menschen sucht, der irgendwie sich verloren hat, irgendwo, ja, dieser große Bruch, der große Fall, den wir irgendwie in jeder Weise merken, wo ist er denn? Oder man kann ihn gar nicht mehr merken. Und er hat sich eben auf den Weg gemacht, um eine Brücke zu bauen. Wie würden Sie auf diesem Hintergrund Evangelium, frohe Botschaft, so in wenigen Worten zusammenfassen? Also Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Das kennen wir aus dem Johannes Evangelium. Das trifft sozusagen eigentlich den Kern der Sache. Er hat ihn ganz angenommen, sozusagen, und bringt ihn wieder heim in diese Vaterliebe hinein. Im Wesentlichen ist es eigentlich das Herz Gottes selber. Gott der Vater, der seine Kinder sucht, wo sie auch immer sind. Er selber hat Sehnsucht nach dem Menschen. Wir lassen uns sozusagen mitziehen von dieser Sehnsucht nach dem Menschen. Wenn wir also dann auf die Menschen zugehen, mit welchen Einstellungen, mit welchen Haltungen sollten wir auf andere Menschen zugehen, wenn wir ihnen diese frohe Nachricht bringen wollen? Es gibt etwas, was für Menschen grundmenschlich ist, das ist das Wohlwollen für den Menschen. Und ein Wohlwollen, ein guter Blick, eine Aufmerksamkeit lässt in uns etwas maxen, was ganz tief eigentlich christlich ist, ein tiefer Respekt vor den Menschen. Dieses eben ganz angenommen sein, es wiederholt sich sozusagen eigentlich dieses Ja-Sagen zu Menschen. Und ich finde das so faszinierend, das Kommen Christi ist ja ein Herabstieg gewesen. Also ich schaue nie von oben herab. Papst Franziskus sagt, man kann nicht vom Balkon heraus herunter evangelisieren. Lustig, dass das ein Papst sagt. Aber er meint damit eben, wir müssen runtersteigen. Das heißt, wir schauen eigentlich auf den Menschen hinauf, wie in der Fußwaschung. Das heißt, ich diene eigentlich den Menschen. Also wenn ich jemandem begegne, ob der jetzt Atheist, Moslem oder wie auch immer, welche Welt anschauen, ich danke ja mal für mein Gegenüber, weil es letztlich ein Mensch ist, der berufen ist, Kind Gottes zu sein, für den Gott in Jesus sein Leben gegeben hat, der eigentlich alles eingesetzt hat. Wie soll ich dann nicht respektvoll sein vor den Menschen? Traditionell ist es ja so, dass man unter Mission versteht, das Wort Gottes wird verkündet und es wird gehört. Sie sagen, der Dialog ist eigentlich der Kern der Evangelisation. Inwiefern ist die Evangelisation ein Geben und Nehmen zugleich? Ja, weil es eigentlich um Hingabe geht. Es geht eigentlich um einen echten Austausch. Und das lernen wir immer mehr. Das ist keine Direktive, nur eine Art von Belehrung, sondern gerade durch das Hinhören offenbart sich eigentlich erst der andere. Ich höre etwas, durch das Erzählen des anderen offenbart sich etwas. Und gleichzeitig, bei Nombos gehören wir das, wenn wir die Jugend lieben, werden sie lieben, was wir lieben. Das heißt, dann kommt letztlich das Fragen hoch, durch unser Hören kommt ihr Fragen hoch. Und wir können erzählen, können dadurch offenbaren. Das geschieht natürlich nur bruchstifthaft, aber das ist eigentlich so der Weg. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt, der Missionar soll einerseits tolerant sein und die andere Meinung des Gegenüber respektieren. Andererseits soll der Missionar natürlich auch von Christus sprechen als die einzige alternativlose Wahrheit. Wie geht das zusammen, diese Toleranz auf der einen Seite und die Verkündigung auf der anderen Seite? Ich würde es eben nicht als zwei Seiten sehen. Tolerare heißt ja ertragen und da steckt tragen drinnen. Und Christus trägt für uns die Schuld. Er hat für uns die Lasten auf sich. Er trägt eigentlich mit. Toleranz ist eigentlich schon Christus' Nachfolge. Auch wenn das heute anders gedeutet wird und nivelliert wird. Und gleichzeitig ist Christus die einzige Kraft. Wenn Mutter Teresa sagt, alle werden zu meinen Brüdern und Schwestern, dann ist das eine Art von Mittragen, Toleranz sein für alle. Aber gleichzeitig sagt sie, meine ganze Kraft ist Christus. Das heißt, dieses Bezeugen, wer gibt mir eigentlich die Kraft? Also weniger das Belehren, sondern sehr stark das Bezeugen. Und das macht neugierig. Gerade auch in unserer agnostischen Welt, zunehmend agnostischen Welt, macht das genau neugierig. Sie haben ja in den letzten 20 Jahren neue Stile der Evangelisation entwickelt in Ihrer Akademie für Dialog und Evangelisation. Worin bestehen diese neuen Stile? Ich würde einmal sagen, wir versuchen noch mehr Gemeinschaft zu bilden mit den Menschen in der Welt, in der sie leben. Papst Benedikt hat einmal so treffend gesagt, es ist so wichtig, dass wir vom Tempel in den Vorhof gehen. Dort, wo die Menschen sind, die suchen. Aber er hat noch dazu gesagt, es ist wichtig, dass wir Gemeinschaft mit denen bilden. Und da beginnen wir, ob wir jetzt in die Kaffeehäuser, in die Bars gehen, in die Restaurants, auf die Straße gehen, in das Kulturzentrum gehen, also in die säkulare Welt gehen, mit den Leuten, die dort leben, mit den Jugendlichen von dort, mit Schauspielern, mit Leuten aus klein, groß, mit denen einen Dialog aufzubauen, zu sagen, was hast du von deinem Leben zu erzählen, was darf ich dir von meinem Gott, mit dem ich erfüllt bin, was kann ich dir da weitergeben. Und das ist total spannend. Sie haben gesagt, dass Sie selber auch Lernprozesse durchlaufen haben. Was zum Beispiel haben Sie bei Ihrer Evangelisationsarbeit neu gelernt? Ich habe immer gewusst, man soll gut zuhören. Aber wie weit das geht, ich glaube, das war mir nicht in dem Ausmaß bewusst. Und ich habe schon gelernt, ich habe irgendwie gesehen, dass gerade durch Menschen oft die Sagen von sich, sie sind Atheisten oder Agnostiker, oft mir wirklich Christus entgegenkommt. Und mir immer deutlicher wird, wie auch Christus durch den anderen sprechen kann. Und sagen wir, ich zitiere gerne Papst Benedikt, weil ich in Kastlinger-Däufer damals bei ihm in der Diskussion auch war und das so berührend fand. Er hat ja gesagt, wir müssen so leben oder so agieren in der Evangelisierung, damit die Menschen ihr verborgenes Heimweh akzeptieren lernen. Ihr verborgenes Heimweh akzeptieren lernen. Und das Wachküssen oder Aufwecken ist diese ungeteilte Anteilnahme. Also in dem Sinn hat erstaunlicherweise Evangelisierung sehr viel mit Absichtslosigkeit zu tun. Papst Benedikt nennt es sogar, sagt, die Freude ist das Absichtsloseste, was es gibt und gleichzeitig die stärkste Kraft der Evangelisierung. Weil natürlich Freude einen Grund hat und die teile ich. Es wäre ja irgendwie schon ein bisschen traurig, wenn man sagt, ich erlebe was Schönes, es hat mich was erfüllt. Man kann gerne einen Theaterbesuch oder einen Kinderbesuch, aber man erzählt, dass du dich das und das. Und wenn ich irgendwie erfüllt bin von der Begegnung mit Christus, dass ich das nicht in einer Weise teile, aber so, dass natürlich der andere auch versteht. Sie haben ganz neue Bausteine der Mission aufgestellt. In Ihrem Buch stellen Sie 20 solcher Bausteine vor, zum Beispiel Glaubensdinner, Straßenfeste, Abende der Barmherzigkeit. Können Sie da so einen kleinen Baustein mal vorstellen? Ich würde jetzt vielleicht den jüngsten nehmen, das, was wir so in letzter Zeit erst begonnen haben. Wir haben viele Freunde durch die Mission gewonnen, die eben vom Kirchgehen wirklich gar keine Ahnung haben. Und für die, die der Weg sozusagen zu den Sakramenten, auch zu Barmherzigkeitsarten oder Anbetungen oder anderen Dingen, natürlich wirklich weit weg sind. Und meine Frau und ich haben gesagt, wir haben eine Familie, wir haben Kinder, wir haben sechs Kinder. Es wäre doch schön, wir könnten doch Leute zum Essen einladen. Und Dinner at Eight, also um 8 Uhr abends, laden wir montags junge Leute ein. 15, 20 Leute kommen da jeden Montag. Dann gibt es Essen. Und dann machen wir immer einen kleinen Speech zum wesentlichen Grundlagen des Christentums. Und dann wird diskutiert, rückgefragt und das geht bislang bis Mitternacht oder drüber hinaus. Und da entsteht eine Form von Gemeinschaft. Und Menschen erfahren da wirklich etwas vom Glauben, das geht dann so Schritt für Schritt. Mission Possible, das ist das Fazit Ihres Buches. Mission ist möglich. Vielen Dank für Ihre Ausführungen, für Ihre positiven Ausführungen, die uns allen Mut machen. Bevor Sie nun eine Passage aus Ihrem Buch vorlesen, darf ich Ihnen herzlich für Ihr Interesse danken. Bis zum nächsten Buchgespräch. Jetzt aber viel Freude an der Leseprobe von Otto Neubauer aus seinem Buch Mission Possible. Das Handbuch für die neue Evangelisation. Die unzähligen Begegnungen kehrten vieles für uns Missionare um und stellten so manche unserer Vorstellungen auf den Kopf. Wenn man so oft mit sogenannten Fremden, Face to Face spricht, wird man von den vielen Wunden und Sehnsüchten der Menschen tatsächlich berührt. Das kann destabilisieren und das eine oder andere Zeugen es auch verstummen lassen. Es war von uns ein feiner, aber umso wichtigerer Lernprozess gefordert, den ich am liebsten mit den Worten von Karl Kraus ausdrücken möchte. Habe ich dein Ohr nur, finde ich schon mein Wort. Wir mussten neu lernen, wahrhaft zuzuhören, damit die Menschen von heute überhaupt ihre Worte, ihre Erzählungen finden konnten. Wir mussten eingestehen, dass wir in der Verkündigung oft zu schnell mit unseren eigenen Worten waren. Wir lernten, durch das Zuhören zu verkünden. Mission Possible. Das Handbuch für die neue Evangelisation von Otto Neubauer ist im St. Ulrich Verlag erschienen und ist im Buchhandel erhältlich. Es umfasst 288 Seiten und kostet 18,95 Euro zuzüglich Versandkosten. Musica Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020